Oookay, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, COLD WAR Hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, Win is Win Wir werden mit drin reingeworfen, nehmen die Runde aber auch mit und machen noch eine hinten dran Und machen mal wieder so ein 15-16 Minuten Video Oh, 50 Ich habe meinen XM4 gefunden auf Klasseneditor oder Klassenplatz 9, so meinte ich eigentlich What? No way, Sniperboy Ah, der stand hinter ihm, okay, dann kann das gehen, okay Wo ist da, finde ich, die Ausnahme? Ja, wäre das eher gewesen, den habe ich geschossen Dass er so sauber einen Schuss setzen kann, wäre ein bisschen unwahrscheinlich Aber auf den Hintern habe ich ja nicht mal geschossen, also Hehehe, XM4 Aaaaah Oder die Kilo bei Modern Warfare Das muss ich mal umsetzen Ah, ich meine umrüsten Da brauche ich doch unbedingt die S-Mine verdammt nochmal Ohne S-Mine Keinen Spaß Die links oder rechts Das ist dieser komische Black auf der Karte Sorry Bro Meine XM4, die bringt es Und er reißt ein Loch ins Herz Und er reißt ein Loch ins Herz Oh, warte, ich mach die Hand vor dem Handy Okay Also ein Sniper dich immer aus einer Distanz killt Das ist unfair, das ist unrealistisch Du bist doch nur neidisch Ja natürlich Hehehe, angeheftet Oh, sorry Bro Was, hinter mir Ah, nein, nein Zwei Leute Hehehe Sorry Oh, hab ich den aufgeschreckt Wie, ah, kein Nickel Ah, hier links ist ein Raum, ne? Wo? Ah Und wo hat der auf mich geschossen? Ich werde gleich von hinten überrannt Ja, danke Haha Das hatte ich Gedanken gelesen, ne? Alter, bis ich ihn gesehen habe, hat es gedauert, Alter Du bist nur ein Sniper-König Feindliches Spionageabwehrflugzeug ist in der Luft Hä? Nein Der ist schneller als ich im Kreis gelaufen Oder sie Ah, no Ja, so ähnlich Aber ich hab voll auf die Schnauze bekommen Wie versteht's denn? Ich hab neun Kills Na gut, du bist doch nur dreimal gestorben Ja, das klingt auch gut Ah, nein Nein, nein Ah, der blöde Epik ist dick, Alter Nicht Epik, aber genau der blöde, äh, Pin Und ich hab da noch anvisiert Oh, zwei Fehler Oh mein Gott, bin ich scheiße Oh, muss ich jammern, ja Hinter mir Ey, den hatte ich, den hatte ich Komm, zeig dich Komm Park, zeig dich, Parks, zeig dich Ah ne, warte mal Ich will noch Parks Ich hab gerade Und dann dieses Sniper Pieper Alter, willst du mich verarschen? Aus der Distanz und du schämst dich nicht Dann nimm doch jetzt ne Pistol oder Messer aus der Distanz War das jetzt derselbe? Ja, war's Nooo, ich hasse Sniper, ehrlich Kann man nicht, äh, schießen, fighten, jagen, dann ist man ein Sneaper Ja, ist das arrogant, ja Ich mach die selben Kills mit dem Sturmgewehr aus der selben Distanz Also, ja, ich darf mein Maul so weit aufreißen Aha, bin ich gerade arrogant Geht's dir heute nicht gut, ne? Doch, eigentlich schon Deswegen hab ich auch mal wieder Lust auf zwei Runden, beziehungsweise auf eineinhalb Runden Mist, ich doch Jo am Arsch Kann man sagen, warum hat das hier sich bewegt? Oh Oh Willkommen im Krieg Nein, 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 nein Wo sind meine Leute? Warum? Das hätte mir eigentlich zu denken geben sollen, ne? Feindliches Schütz im Einsatzgebiet Cut up Ich bin alt Hatet mich doch dafür Ich hab elf Kills, bin sie mal gestorben Jetzt fühle ich dich gut dabei Äh, nein Ich hab ihn gesehen Ich hab mich umgedreht Und der Sniper war schneller Und schon wieder derselbe Pisser Hast du keine anderen Hobbys? Hier klingelt ein Telefon Hä? Ich hab keine Ahnung, wo der Feind ist Ich hör von überall irgendwas, aber Hä? Ja, ey, ich schwöre, ich sehe keinen, ich höre keinen, ich rieche keinen Ääh Lagerbericht Na palmen Jeff Aaaaaah 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 AAAAA Aaaaaaaah Junge, komm nicht so um die Ecke Flüchtliche Fernlenkladung in eurem Einsatzgebiet Ja, wir haben gewonnen. Schön, wir haben gewonnen. Okay, 12 zu 9. Scheiße, damit kann man mich doch nicht sehen lassen. Wir sehen uns gleich in Runde 2 wieder. Bis gleich. Das sah jetzt ganz komisch aus mit meiner Knarre. Wir kommen zur Runde Nummer 2. Ja, ich hätte zwar gerne Miami Strike, weil ich das wirklich noch nicht kenne. Ich spiele zu selten das, aber ist okay. Ich habe, gebe zu, ich habe ein bisschen gepennt. Ich habe wirklich ein bisschen gezögert. Naja. Naja, bei so schlechten Runden, die ich abliefere, können wir ja auch mal. Ich wollte gerade sagen, ey, ich wusste es und sterbe. Boah, ich hasse das. Ich müsste das wirklich mal umschalten. Mit den Rechten reindrücken, immer schlagen. Ich bin leider ein bisschen stärker, kräftiger. Hahaha. Ich drücke leider den beim Lenken sehr stark rein. Und dann schlägt das beim Steuern. Nicht lenken, ja. Man schlägt diese Scheißfigur jedes Mal. Oh, ich hasse es. Jedes COD immer wieder gleich. Keine Sorge, der ist reines. Oh, oh. Nein, ey, komm schon. Ich konnte mich nicht wirklich schnell bewegen. Ich heile gerade rum, aber am laufenden Bann. Wie bei Karel. Ja, eine MP ist natürlich schneller, aber du hast dich auch bewegt. Ich konnte es nicht. Ich habe die leichtere Knarre. Also, ja, Cheat, lass denken, lass danken. Äh, ich habe komisch und ist daneben geschossen. Er hat gar nicht reagiert. Und dann zielgenau. Äh, you are Cheater? Nein. Dieser Bro-Game. Nein, bist du nicht. Alter, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nein, 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 Sniper. Geh dich ertränken, Alter. Entschuldigung, wenn ich jetzt ausfallen werde. Ich hoffe, deine Eltern sind stolz auf dich, dass du ein Kämpfer geworden bist. Ein verlappter Sniper geworden bist. Irgendwie stimmt hier gerade, dass ihr euch gesehen habt, mich übereint, der Schatten oder so. Okay, ich sollte mich mehr konzentrieren und weniger labern. Oh, warum kamen da zwei? Oh, nein, ey. Wir sind vorbeigezogen. Ne, sie bin ich. What the hell? Er machte... Was weiß ich als Zivilist schon von Schussbewegung. Seine Waffe war total auf mich fixiert. Dein ganzer Körper wirkt sich wie beim Tanzen. Nein, würden echt Soldaten sagen, das funktioniert so nicht. Aber ich bin ja kein Soldat. Das weiß ich schon. Dass man eigentlich eine ruhige Position haben soll zum Schießen. Recht, das ist... Na, egal. Boah, ich kriege gerade so oft die Schnauze, Alter. Hier könnte es ein Schieter am Werk sein. Nein, ich habe gerade voll alle Bro-Gamer ganz Europas bei mir. Ne, ein Gegner-Team, natürlich. Das ist ja logisch. Äh, ja. Er wird sich verarschen. Er läuft. Ich schieße. Er bleibt in einem richtigen Moment in einer richtigen Schussposition. Ne, ich habe gerade voll kein Bock. Die Runde kommt rein, natürlich. Ich mache jede Runde rein, egal wie scheiße es ist. Ey, wie können sechs Leute über eine Karte verteilt überall sein, wo ich bin? Oder wo mein Rücken gerade ist? Das geht, nein, das geht nicht. Das ist quasi für sich scheiße. Na, endlich schieße ich auch mal. Warum schon ein Schuss da? Hä? Wo kam? Das war, hä? Warum schon los? Wow. Ich habe einen. Jetzt war die Person wieder schneller. Willst du mich verarschen? Und der wird durch mein Geschütz zerstört. Ja, danke, Bro. Bist du? Bro, das ist gut. Aber hier. Okay. 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 Nein. Wo schieße ich denn hin? Nein, wieso? Ich schwöre, ich habe ihn zwischen den Kartons nicht gesehen. Er hat dich sauber versteckt. Ein bisschen zu viel Minecraft, ja. Okay, ich bin... Ey, sorry. Jetzt schiebst du dich. Ich drehe mich um, es kommen zwei Gegner. Ich höre sie nicht, ich sehe sie nicht. Ich drehe mich nach links und ich sehe nur aus dem Augenwinkel, wie zwei Gegner kommen. Ist doch total real. Das ist ein Spiel, das ist nicht real. Ja, es hat trotzdem physikalische Grundgesetze. Genau das. Er ist mir eben die Waffe gerutscht in meine Schüsse. Er hat auch eine extrem schnelle Geschwindigkeit gerade drauf. Ist ein Cheat? Nein. Nur wenn es Cheater sind, frage ich mich, was habt ihr davon? Ihr habt keine... Keine Koronis, keine... Ich weiß nicht was. Ihr habt keinen Schneid. Das Wort klingt gut. Ihr könnt in echt nichts und wollt euch damit wüssten, dass ihr hier durch Cheaten ein paar Kills macht. In 1 zu 1 mit einer Wassermistole habt ihr keine Chance. Aber Hauptsache man Cheatet. Fühlt sich mal Eimer in dem Leben wie ein Bro. Also wir storben da, die Schüsse von da. Er schafft es ohnehin sehe sofort die Position zu wechseln. Alles hat gesagt, dass er in dieser Ecke ist. Ja, ich weiß. Ich habe Ausreden. Boah, ist das mal wieder ein Jammer-Video. Todbringer eingesetzt. Warum ist das unser Respawn? Wir kämpfen aus unserem Respawn uns hier rüber. Haha, kämpfen. Und meine Leute werden hier gerespawned. Oh, geil. Ah, 19 zu 16. Oh, aber das ist scheiße, Alter. Ich habe zwar 19 Kills, was gut ist, aber 16 mal gestorben. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. 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 Bis zum nächsten Mal.